Danke Peppo Fischfarm, 60 cm Nissei weiblich, kaufe die nochmals das Ei gekauft, die sind jetzt nicht rein weiß, die stehen voll in Futter, da sind sie leicht gelb, weil wir sehr viel füttern, das ist normal, wenn ihr Interesse habt, der Fisch ist noch frei, kann er da bleiben, kein Problem, müssen wir dann sprechen, das Endmaß hier kann genauso 80 cm schaffen, 60 cm als Nissei, ist sehr gutes Maß, nächstes Jahr im Frühjahr sollte der so knapp 70 cm haben.